Nach einem Streit schluckt der Elfjährige Zachary Cowan bewaffnet mit einem Stock. Bewaffnet? Michael, was sagen wir? Ausgestattet, ausgerüstet, ausgestattet mit einem Stock, okay? Ausgestattet, ja. Ausgestattet. Wir sind nett, oder? Ein nettes Paar. Sehr nett. Ja, Walter. Aber ihm ist klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Mein Sohn hat Ihren Sohn nicht entstellt, kleines Arschloch. Wie nennt er sie nochmal? Dudel. Ja, stimmt. Dudel. Dudel. Ja, ich nenn sie Dudel. Entschuldigung. Ja? Es reicht, Alan. Schluss mit dem Handy. Bleib bei der Sache. Gottverdämmt nochmal. Das Opfer und der Täter sind nicht dasselbe. Ich bin froh, dass unser Sohn Ihrem Sohn ein Reingehauen hat und ich wisch mir den Arsch mit Ihren Menschenrechten. Wow. Ich glaube an den Gott des Gemetzels, dessen Gesetz seit Anbeginn der Zeiten unverändert regiert. Ich habe keine Geduld für diesen gefühlsduseligen Schwachsinn. Ich bin ein total cholerischer Bastard. Alan, tu doch was. Alan, tu doch was. Halt's Maul. Scheiße, ich bin ein Nazi-Spinzler. Scheiße. Oh mein Gott. Bravo. Das halte ich, das halte ich. Ich konnte mich schon wieder übergeben. Der reinste Albtraum. Der muss aufrasten, sonst garantier ich für nichts. Was zum Teufel machen wir hier eigentlich? Ich hoffe, das ist ein Witz. Das halte ich, das ist ein Witz.